Eyo Leute, was geht? Heute gucken wir Fifa in Roblox. Ihr seht's hier schon. Fifa 22 in Roblox. Also jeder kennt das normale Fifa, ne? Aber das ist Fifa in Roblox. Ich bin ultra gespannt. Das ist jetzt mal ein eigenes Unamore. Let's go. Es wurde jetzt erst mal gestartet. Wir sehen uns gleich, wenn's offen ist. Okay, es ist schon was da. Team der Woche. Team der Süßen. DICKER! Ja, okay. Roblox bis dann 99? Was zum? Week 4. Top 3. Hä? Let's go. Kick to play. Deutsch. DICKER! Das ist ein FIFA. Okay. Freund. Nein. Haben Bock. Entertain them here. Ähm. Wie nennen wir uns? Ähm. R-O-B-R-O-W. Roblox. Äh. Bro. Starten. Keine Ahnung. Tägliche Belohnung. 100 FIFA? Äh. FIFA Points? Was möchtest du das? Zeitlich begrenzt das da. Park? Moin. Juni WTF! FIFA! Ich bin einfach ein FIFA. Let's go, man! Die Gold-Jersey in den. Hä? Egal. Es ist wirklich FIFA! Juni, es ist FIFA! Regen, okay. Ähm. Okay, Team bearbeiten. Was? Logo. Was? Gib... Okay. Kein Bock. Äh. Okay. Spieler ersetzt. Wird schon irgendwie passen, Jungs. Ich finde, 2. Was, gibt nur 2 Formationen? ich habe keine ahnung was hier ist ich werde so auf die schnauze kriegen ich werde so auf die schnauze kriegen ich habe hier absolut nichts die tür ist da drin ich schenke wirklich gar nichts ich schwöre ich habe hier überhaupt einen pass spielen so macht man einen pass so kann man das spielen also wechseln und dann machen wir einen passen äh ok schön Torwart Junge dann ist das so geil ok Oh Ecke Ecke soll man uns schon bewegen ok kann ich grätschen hier kann ich sprinten kommen wieder wechseln? Hallo? Jungs, ich muss hier ein Ball fliegen, hallo? Hallo? Ja, hat's mal. Jungs. Haben wir geil gemacht. 0,2. Ich hab hier wirklich gar nix. Digga, ja, wie? Hallo? Passt doch! Digga! Torwart! Schön! Und der passt, geht's? Der Linienrichter, Digga. Einfach FIFA in... Digga! Was ist das? Ja, ich hab ihn umgegrätscht! Ich hab gar... Hey Digga! Was ist das denn? Ich hab gar nix gemacht. Ich schwöre. Jetzt kann ich ihn machen. Ja, der macht Zeitspiel. Torwart! 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 0,3. Ja. Chi-chi's. Ich kann ihn lieben. 3,0. Ja, kann ich hier irgendwie aufholen? Kann ich hier irgendwie abgleichen? Ja! Junge, was soll ich machen? Digga, FIFA in Roblox ist einfach zu witzig. Ja, ich versuche an ein Tor zu schießen. Komm! Du wärst geil. Ketchen? Hallo! Ich will hier ein bisschen... Ich hab hier einfach den Verteidiger. Sind das Juve Trikots im letzten Jahr? Ja, schön! Sprinten! Schnaufe doch! Uh! Ja, ich... Ich weiß hier auch nix! Aber... Hallo! Weil von... Danke! Danke!! Aber was wäre da gross? Ich kapiere gar nichts, kann man hier equipment Hä? Kann man tier irgendwas unter Teil happen Aber irgendwie gar nicht gemacht Ok Jungs, ich würde sagen das wars. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah ne Leute, ich geh aus dem Spiel raus. Also, danach sehen wir uns nochmal kurz. Können wir sehen, wir sind wieder ingame. Ich habe mich jetzt einmal eingerufen. Nein. Erhalte eine Karte. Achso, die muss man kaufen. Dumpfalten. Ähm. Hä? Promo-Karte aus Punkte? Ich kapiere hier gar nix. Ich kann mir nicht nur sowas kaufen. Ich kann mir gar kein einziges Pack kaufen. Peinlich. Ich... Ich hab zwei... Team Transfer. Spieler verkaufen. Spieler kaufen. Ähm, ok. Ok. Ja, Filver. Einfach keine Ahnung. Maximak. Mindest. 75. Maximal 200. Sition. Passt. Viel. Passt. Einfach suchen. Er hat dann halt, äh, Brosse. Er hat dann halt, äh, Brosse. Er hat dann halt, äh, Brosse. Und da ist der erste gekaufte Spieler. Let's go. Liederbord. Ja, ich bin irgendwo. 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 Es macht irgendwie voll Bock, FIFA. Fake FIFA. Also kommen. Was kann man hier machen? Ich hab wirklich gar keine Ahnung. Eigentlich von FIFA. Ich hab mir jetzt so ein RM gekauft, ne? Ich hab ihn. Er hat jetzt auch schon. Ach so, der ist jetzt. Und ich bin automatisch. Ach so. Ja Jungs, das war's.